Musik 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 Fortnite Season? Was hab ich nie entdeckt? Sidney Iveka Fortnite Livestream. Vor 4 Jahren gestreamt Also nicht Trikot, T-Shirt Egal Egal Mit Michael Jordan Sidney Iveka Alle hinten rechts Oh, die alte Pumpe Er muss hier gleich reinkommen Guck mal wie er da spielt Ich war so viel besser als Sidney Nee Oh, die Waffen Kommt sich an Revolver Und die Desert Eagle Und Slurp Trunk Noch welche oben Hier ist noch einer Hier ist noch einer Dummer Dummkopf Ich kann einfach in Falle reisen Dummer Hab ihn, hab ihn Oh mein Gott, wie eklisch Digga, da ging noch Double Bum Dummer Oh mein Gott Oh mein Gott, wie eklisch Oh mein Gott, wie cool Ey, zurne, zurne Oh mein Gott Jetzt kommt er euch zu Waffen Nein, ich bin tot Oh mein Gott, sieben geht OMG, Bro Fortnite Season 5 Livestream Er hat gute Haare Was war's dann? Hattest du nie gespeichert Die ganz alten Sind die weg? Irgendwo muss ich das doch haben FIFA 20 Guck mal das Playstation Menü Viel cooler als bei PS5 Pick it up, pick it up Yeah 33 Ach ihr seht's gar nicht 33.000 Follower hatte ich damals noch 10 Neustann ist noch in der WL Come in the camp Come in Streaming Hintergrund Nach 3 Monaten bin ich wieder da Ach 3 Monate Streamspende? Ich dachte, wer ist das denn? Leute, ich hab euch viel zu erzählen Ich kann mir das nicht angucken, Jay Wir kaufen uns mal jetzt mein Team Das Team hier will ich mir kaufen Warte mal Erneut hab ich wieder verkauft Weil ich so sauer war Eigentlich wollte ich so hier spielen Oder will ich später so spielen Nee, enge Raute, stimmt Was? Nee, wie spiel ich? Oh Mann Was ziehst du da im Waschraum? Nee Ich sah da viel zu jung aus Ich seh da aus wie 18, finde ich Yeah Bei jedem Follow Sind ihr noch in FIFA? Guckt ihr euch an 64 65 Tempo 62 Dribbling 62 Def 56 Schuss Damals Fritter noch in FIFA Wo ist ein alter Weekend League Stream? FIFA 20 Livestream Abo-Games Team bewerten Menü und labern, Bro Also jetzt mal real talk Ich hab mir gestern mein Stream nochmal angehört Ich find den Ton gar nicht so schlecht Und das Licht auch nicht Also Ich werd vermessen Nächste Woche Aber ihr wisst Leute, ich hab heute ein paar Sachen, die mir auf dem Herzen liegen Ach, ich kann's mir nicht angucken In dem FIFA hab ich Richarlison kennengelernt, Chat FIFA 20 Und dann läuft es die ganze Zeit Das ist ja klein, wenn jemand reingefollowed hat Digga, einfach mal sieht überhaupt nichts Damals schon die Giveaways Hashtag Spiel Und der Gewinner ist Alles klar Hä? 20 zu Aja Den hab ich aber an die Wand gespielt Guck mal hier, Koray Tmok spielt bei B360 eSport Ehrendoni Haha Ja, der war geil WL Livestream Road to Top 100 20 Neustadt 20 Neustadt 20 Neustadt nicht Ich werd gleich verlieren Safe Immer erstes Spiel verloren On Steam Es geht ab, Edi Nichts bei dir schaffst du Wir gucken Insignia direkt wieder verkaufen, oder? Wir geben ihm noch ne Chance, Leute Aber guck euch mal die Statistiken an Och nö, Digga Erstes Spiel Erstes Spiel Direkt Messi Neymar Boah, da hatte Ronaldo noch ne 93 Was soll ich machen? Aufs Tor gehen oder Elberschießen? Schuss für den Stand Was ist das für ein Call oder Elberschießen? Nein, ich kann nicht ins Ausrennen Ich bin so dumm Ich bin so dumm Jetzt kann ich nicht mehr Stop drücken Ach, ich weiß warum Es gab damals so nen Bug Es gab so nen Bug Den man einstellen konnte Dass du nen Elber kaum verschießt Ich weiß es noch, ich weiß es noch Hey Oh mein Gott, Alter Digga Ich hab nach unten gedrückt Das ist doch nix geändert Mit meinem Fuß Mit meinem Fuß Gleich kracht, Chad Recht Ich will die doch Gegen Mert hab ich von Hey, come on Gegen Mert Gegen Mert Das macht nichts Das ist echt deprimierend Nicht abpfeifen Ach ja Schön, schön, schön Schön Hä, ich war voll ruhig immer Schön, schön, schön Aber ich reg mich nicht auf Ich werde nächsten Samstag alles Ja, ja, ja Das war auf FIFA 20 Durfte ich nicht so viel Oh, jetzt hab ich weitergedacht Also haten Das waren Zeiten Da war ich noch brav Ich hab jetzt auch den Sportler Creator Code Sydney Einfach eingeben Einfach bestätigen Wir schaffen Sportler Creator Code Sydney Sorry für die Qualität Wer ist der Bra rechts Rechts Sydney Und links von mir ist Micha Aber wenn ich nur meine Highlights zeigen würde Die würden denken Ich bin Tfew Hä, aber da wirke ich ja übertrieben So wie jetzt Kein Unterschied Das ist vier Jahre her Weißt du was ich für ein krass Weißt du Nichts geändert Wenn ich mal den besten Team zusammenschneiden würde Die würden denken Die würden mich sofort Mongral, Digga Mongral würde sagen Lass mal zusammen du spielen Genau wie jetzt Hätte gestern sein können 452 Zuschauer Und das war ein guter Stream 452 Zuschauer auf YouTube Und Koray war da Hier, Koray ist da Koray247 Seit Tag 1 Habibi Guck mal wie dünn Sydney da noch aussieht Das war dein Stecker oder? Ja Ja, ja, ja Das war dein Stecker Ja, hey Support Creator Code Sydney Einfach da reingehauen Hä, guck mal Lass mal Wiedergeben Gibt's nicht älteste Videos? Das ist das erste Video Eli schreibt Fußballprofis Insta DM Direkt mit Clickbait Haha, danke Eli Wahrscheinlich hat mir Marco Reus Haha, danke Eli geschrieben Eli erzählt Horror Real Life Story Eli und Sid reagieren Eli reagiert auf unsympathisch Nicht nach dem Challenge Eli spielt Uno gegen Mods um Geld Hashtag Free Eli Damals Chat gab es Also den Kanal hat früher Ein Fabi geführt Fabi wollte irgendwann nicht mehr Weil er meinte, der hat nicht mehr die Zeit dafür Oder irgendwas Er hat sich so unter Druck gefühlt Dass Videos kommen sollen und so Und dann hat er freiwillig den Account weggegeben Und Atta war alleine Und Atta brauchte einen zweiten Cutter Und dann habe ich Koray irgendwann gefragt Ob er das übernehmen will Und Koray hatte keine Ahnung von Cutten Den habe ich Ich habe ihm einen PC gekauft Er hat sich das Cut-System runtergeladen Und hat sich das selber beigebracht Und jetzt ist Koray Cutter geworden Einfach ein Fabi Was ist das hier? Da wurde ich gebannt glaube ich Leute, irgendwie habe ich nicht so gute Nachrichten Ich kann nicht live streamen Einfach Rap-Lieder im Internet letztens im Stream angeguckt habe Da wo wir darauf reagiert haben Meine Mods meinten Ja ne ist nicht schlimm Ähm Du kriegst das Video wird nicht hochgeladen Aber da passiert nichts Anscheinend ist hier doch was passiert Ich dachte ich kann nur an diesen Tag nicht live gehen Und dann habe ich da eine Zahl gesehen Und ich dachte die wollen mich verarschen Drei Monate habe ich eine Sperre bekommen Annes war der Wirt Annes meinte Ja ja du kannst auf das Video reagieren Machen voll viele Bam Drei Monate Sperre bekommen Wegen Money in the Grave Was habe ich denn hier? Die Geburtsumstunde von Azzone Halbe Million Aufrufe So viel verdient Eli wirklich Viele mögen das ja Ich rede gerne über Sachen Wo sich andere trauen Oder nicht trauen darüber zu reden Ähm Ähm Ich Rede gerne über Themen Wo sich nicht so viele drüber Trauen Digger Bin ich da Bin ich da drauf? Warum rede ich so komisch? Warum mache ich das? Das waren Zeiten Guckt ihn euch an Guckt euch Eli Jello an Wo ist denn der Stream mit Richard Richarlison? Das ist der BPA Tots ist da Verschwitzeste WL des Jahres Das war die einzige Weekend League wo ich 30-0 geholt habe Boah das war hardcore Corona Zeit Ich weiß noch Haben sogar alle volle Chemie Mit dem Team habe ich 30-0 geholt Mein erstes 30-0 Richarlison im Team Da wusste ich noch nicht dass ich mich in ihn verliebe Upgrade Packer ist jetzt so lost 86 plus herzlichen Glückwunsch Richard Oh mein Gott I really appreciate that man Daniel mit einem Sub Herzlich willkommen in der EDIAMU Wir bekommen von viele Subs heute Daniel Danke für deinen Sub Bro Ich werde meine Rewards abstoßen Wenn ich jetzt heute nicht Elite 3 hole ich Damals Guckt mal wie cool noch mit Er nehm Discord Er nehm Discord Mo im Discord Sid nehm Discord Wenn echt 8 Jahre mehr auf mich spielen würde Jordan nehm Discord Bei jedem Follow dieses Achso Oh mein Gott Digga wie konnt ihr den Stream damals aushalten Das wird Welcher Platz? 75 Oh shit Oh mein Gott Das wird so knapp Digga Das wird so knapp Oh mein Gott Wenn es nicht reicht Freunde dann reicht es nicht Zon Freunde Zon war auch 2 Millionen Gut hat mich aber nicht abgeholt Für den Preis ich werde Zon glaube ich wieder verkaufen Richard Zon Freunde 30-43 Ohne zu übertreiben jetzt Ich übertreibe nicht Das ist der mit der beste Spieler den ich in diesem Spiel bis jetzt gespielt habe Eusebio Mbappé Totti Und Richard Zon Diese 3 Spieler sage ich sind so die 3 besten die ich persönlich gespielt habe Er ist viel besser als er 9 Er ist viel besser als Mbappé Food Birthday Meiner Meinung nach Er ist so krass gewesen Freunde Er hat bei mir 10er gespielt 30 Spiele 43 Tore 15 Vorlagen Als 10er im 4-2-3-1 Guckt euch das an 91 Ausdauer Der hat 99 Schusskraft Alter 80 Fernschüsse Ist niemals wahr Ich habe so viele Schüsse außerhalb von Stafford mit ihm gemacht Äh Tore Er hat so Bock gemacht zu spielen Das war ich wohl Ich habe mich in die Vergangenheit gerade verlauncht Ich habe mich in der Vergangenheit verlauncht Ich werde mich im 2-3-2-3-3-1 aufsetzen Ich werde schon mal durchfahren mit meinen Namen